Der Platz vor dem Ofen ist zum Wohlfühlen da. Da spielt die Optik eine wichtige Rolle. Der Ofen muss dem persönlichen Geschmack entsprechen und sich optimal in den Wohnstil einpassen. Den größten gestalterischen Freiraum bietet ein individuell gesetzter Handwerksofen. Hier sind die Möglichkeiten schier unendlich. Ob modern oder traditionell, ihre Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Und nicht nur das. Ein nach Maß gefertigter Ofen ist perfekt auf die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und den Heizbedarf abgestimmt. Von der großzügigen Anlage mit Wärmetauscher, die zusätzliche Räume und Warmwasser erhitzt, bis zum Kompakt-Speicherofen im Niedrigenergiehaus ist alles möglich. Dein Ofen, dein Style.